Herzlich Willkommen zurück zu einem Culling internem Battle. Wir spielen heute mit dreier Teams. Mit bei mir sind Shige und Manus. Hi Leute! Wir sind Team Blau. Ja. Dann haben wir noch Anne, Granz und Kundran als Team Rot, Goro, Sachse, Liquid, Team Grün, Fisk, Dautau, Hotter, Team Weiß. Sehr gut. So, wir müssen uns jetzt erstmal... Das Wichtigste ist vielleicht sich zu finden und zu sammeln. Ähm, könnt ihr irgendwie versuchen zu beschreiben, wo ihr seid, weil ich kenne die Namen ja noch nicht. Ich bin an einem Berghang und hier ist das Ende der Map. Ich habe einen direkten Haus neben mir. Wie sieht das Haus aus? Ist das am Wasser? Ist das... Das steht im Wasser und oben drüber ist eine hohe Brücke. Im Wasser... Alles klar. Wo du bist, weiß ich. In dem Haus kannst du auch erstmal looten. Da ist fast Map-Ende. Also von hinten wird keiner kommen, aber natürlich könnte zu dem Haus jemand laufen. Ähm, Shigo. Ich bin... Ähm, da ist ein riesengroßer Turm. Ankel, wie sie es? Man-Trackers. Ist das ein Schild? Es ist ein großer Turm. Achso, du bist... Ja, du bist auf der anderen Seite der Map. Also du bist auch an einem Map-Ende. Ähm... Ich höre erstmal Manus jetzt ab, weil der ist... Ja, lauft dann erst. Springen zieht Ausdauer ab. Klagen zieht Ausdauer ab. Während du blockst, regenerierst du nicht. Also... Laufen versuchen so als einzeln zu nutzen. Nicht springen, wenn es geht. Aber wenn du halt schneller bist, wenn du springst, dann trotzdem natürlich mal. Ähm, Manus, suchst du das Haus, wo du bist? Ja. Ohne, jetzt müssen wir halt gleich einmal komplett über die Map nach Shigo zu kommen. Nämlich genau die andere Seite der Map. Okay. Ich laufe von mir aus links lang am Rand der Map entlang. Du müsstest eigentlich nach Westen laufen können, richtig? Also die Wand-Ecke ist bei dir Osten, ne? Äh, nee, die Wand-Ecke ist bei mir... dort östlich. Ja, und du müsstest eigentlich nach Westen laufen. Die Mitte. In welche Richtung ist die Mitte? Die fliegt in der Mitte. Okay. Äh, warte. Ich hab grad ganz viele Bäume. Ja, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wo du bist. Also da... Okay, gut. Das ist ein bisschen blöd. In dem Haus gibt's nix. Da sind ein paar Schränke unten, ne? Und leuchten von Kisten kannst du durch Wände sehen. Also wenn du irgendwo was Grünes leuchten siehst, ist das eigentlich eine Gratis-Kiste. Mal schauen, wie wir uns hier halten können. Wo ist denn der Stock jetzt hin? Egal, zwölf Leute und dann dreier Teams. Das ist halt so gefährlich, wenn sich vielleicht schon zwei gefunden haben, wenn da so ein Gratis... Definitiv. Definitiv. Bei mir craftet einer. Das tust du aber bestimmt nicht, oder? Ich crafte grad. Okay, wenn er sich dann doch hört. Du bist immer noch unten? Ja. Komm jetzt runter. Ich bin jetzt gleich unter der Metallbrücke. Oh, Mitte ist bei mir... Ist schon irgendjemand laufen. Da bin ich hier. Da, nice. Ja. Ja, ja, ja. Passt. Links von uns ist einer. Ehrlich? Oben aber... Ich hab nen Bogen. Wir versuchen uns erst zu... Ne, ne, wir sammeln uns erst. Natürlich wär's... Wenn wir jetzt wirklich auf dem Weg jemanden finden, hauen wir den natürlich um. Wo bist du, Maros? Oben aufm Dach. Ich hab gedacht, hier gibt's noch so Funk oder so, aber ist nicht. Komm, komm, wir müssen zu Stilo jetzt. Komm mal... Anders... Kannst runter springen, das Haus wäre nicht hoch genug gewesen. Okay. Falsche Seite. Falsche Seite ist rausgegangen. So. Von der Brücke. So, dann geht's jetzt im Haus. Wir gehen an nem Haus. Ist das ne Tankstelle? Ist das ne Haus mit ne Satellitenschüssel oben drauf? Ist das ein Haus mit großem Eingang? Wo also eher so ne... Tankstelle. Okay. Und an ner Tankstelle davor ist ne Brücke. Ja. Genau. Über die Brücke und dann geradeaus. Schaut mal, wenn jemand... Jemand ist, der hier war. Da wird einer sein. Ja, zumindest nix. Kriegst du lila oder blau, Maros? Nein, ist ja egal. Schaut blau. Blaue Jeans, blaues Hemd. Äh, blaue... Äh, T-Shirt. Okay. Ich bin außer Puster. Hier im Airport ist einer drin, ja. Dann gehen oder kurz stehen bleiben. Nico, du musst über die Brücke und dann geradeaus. Ja, ich komm sofort. Ich hab eben den Blut aufgesammelt. Komm, Maros. Komm, komm, komm. Lass riskieren. Hier in dem Airport ist einer drin. Von den Sounds her ist es auch nur einer. Was ist denn dieses Explosive Runs? Laren. Soll ich das reinhauen? Oh, wir kommen in den Airport rein. Hinter mir, hinter mir! Ja, ja, ja. Lauf, lauf rein. Hä? Was tut das? Fisk hat den C4 gelegt. Komm wieder raus, komm wieder raus. Das ist ein schlechtes C4. Egal, ignoriere es. Ja. Komm, wir raiden Fisk hier. Ja. Jawoll! Okay, jetzt müssen wir zu Shigo. Okay, warte, 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 warte. Irgendwas war noch hier. Was hast du aufgehoben gerade von mir? Ich hab Crafted Explosive. Ah, okay. Ja, ja, war halt das. Kannst du es verkaufen? Dann werden wir zu Shigo. Ne, 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 bitte nicht verkaufen. Du konntest es mir auch wieder geben. Wenn du es selber nicht nutzen willst. Shigo? Ja? Lebst du noch? Ich spiel gegen Hotter. Okay, komm, 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 Janus. Oh Gott, nix looten hier. Ich spiel gut. Komm, Janus. Das sind 150 Meter gefühlt vom Sound her. Weilung. Ich bin halt leider komplett am Eimer hier. Du bist aber wenigstens schon über die Brücke gegangen. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, glaub ich. Heilt er sich nochmal, wenn er tot ist? Das sieht man an dem blauen Symbol. Ja, heilt er. Komm, Shigo, hol ihn dir! Das sagst du so einfach. Hallo Hotter! Hallo Hotter! Nice! Nice, 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 nice! Jawoll! Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wo seid ihr? Da. Wir haben ihn hier. Oh, nice! Sehr gut. Was hat er gehabt? Hat er den Besser und Speer? Nee, der hat gar nix gehabt. Ach shit. Die arme Sau. Ich hab da Alarmgarn hier. Die arme Sau. Ich brauch eben einen Medi, also eine Bandage. Ja, ich brauch vorhin noch eine bitte auch. Tun wir mal ihn hier. Was, was lohnt sich noch zu bauen? Wer hat grad Holz von euch? Ich hab schon, ich hab hab's, nein. Zu bauen lohnen sie eigentlich nichts mehr. Außer der Satchel vielleicht. Dreimal Holz. Ahja. Also Bandage. Hab ich schon. Nochmal. Dann nichts. Mehr mehr Holz? Wo warte? Eine bessere Waffe? Kannst du nicht craften eigentlich. Nein, ich meine wegen Holz. Oh, nee. Ich hab ne Machete. Ich weiß nicht, was ihr habt. Feier. Ich hab nen Speer, nen Standard Speer und Standard Bogen. Ey, wir haben zwei von Team Weiß haben wir geholt. Das ist sehr gut. Aber besser wäre von jedem Team ein. Loll! Tau Tau ist auch schon tot. Das heißt Team Weiß ist raus. Was? Tau Tau wurde von Goro gekillt. Wir haben jetzt Fiskrotter und Tau Tau geholt. Fiskrotter und Tau Tau sind draus. Wow. Wir brauchen noch Skigo, weil du da immer noch rumhackst. Ops, das wollte ich gar nicht. Aaaaah. Aaaaah. Wie sieht's aus? Kann man weiter? Mit ein bisschen was los. Wollen wir zurückgehen zu dem Airport? Ja, ja. Wir gehen zum Airport. Na los, geh. Eben Bandagieren hier. Wenn hier grad am Steckchen liegt, muss ich noch eben ganz kurz eine Bandage machen. Bin ich wieder voll? Ja, Airport ist ja geradeaus einfach. Okay. Okay, drei Spiele raus. Aber es wäre besser, wenn von jedem Team einer raus wären. Wir wären noch vollzählig. Das Problem ist, in der Mitte waren grad Gratiskisten. Ja. Du läufst an dem Berg Richtung Westen. Nordwest. Nordwest. Okay. Zu dem Turm? Ja, dahinter. Einer ist tot. Ja, von welchem Team wäre jetzt schön, wenn der tot ist? Wie heißt er? Liquids. Ich weiß es nicht. Ich kann gar nicht rausgucken. Liquid ist Goro und Sachse. Ne, Piss, Hotter, Hotter wäre gut, glaube ich. Piss, Hotter, Hotter sind alle schon tot. Eine Machete liegt unten. Oh, würde ich. Ich hab die muss doch frei. Ja, die kannst du als Waffe gut benutzen. Also es ist ne gute Waffe. Also ich hab auch noch einen Slot. Dann nehm du vielleicht. War noch so ein bisschen. Händen. Mehr? Chico? Ja? Wo liegt die? Hier. Ah. Okay. Hier ist sonst nix mehr drin, aber ist nachgeguckt. Oh, hier hinten. Bräuchte noch 8 fangen, dann könnte ich die Kiste aufmachen. 39 hab ich nur. Die Bandage, was kostet, äh, ne richtige Bandage? Oder war das ne gecraftete? Das ist ne richtige. Die gibt wie viel, wenn du die verkaufst? Zehn. Ja, dann verkauf die. Eine craften. Sehr billige. Dann mach die blaue auch. Achja, gestorben ist der Sachse. Und der Sachse war bei Liquid. Bei Liquid im Team. Sehr gut. Auch gut. LOL. Was haben wir? Oh wow. Okay, T3 Säbel. Gib mir das. Danke. So. Sehr gut. Sehr gut. Willst du den Säbel behalten oder die Crowbar nehmen? Das ist mir egal. Was ist besser? Ähm, die Crow, also die Crowbar macht zwar weniger Schaden, ist aber glaube ich... Naja, was besser ist nicht du. Ja, ist schneller. Die Crowbar ist schneller auf jeden Fall. Das ist besser für dich. Weil du kannst dann zweimal zuschlagen beim Schubsen. Ja. Das andere muss man sich erst dran gewöhnen, wenn du nur einmal zuhauen kannst. Okay, wir gehen weiter. Ja, hier ist nichts mehr. Airport raus, links. Ne, ich hab schon nachgeguckt. Ich weiß wo einer... Ich höre alles. Dahinten craftet einer. Nord-Ost. Ich muss auch sein Gehör auf. Ich glaube hier. Keine Bandage aktuell. Ich auch nicht. Wir müssen hier drin sein. Erstmal nachfallen. Da, lol. Da, ist direkt einer. An welchem Team ist Anne? Anne... Anne ist Kundran, ne? Grenz Kunran. 2, 2! Pass auf, noch einer vom Dachsprung! Oh Gott. Lolololololololololololol. Auf Kunran, Alle! Weg von oben! Kunran, haut ab! Kunran, haut ab! Alle ist noch hier! Ich kümmere mich um Anne. Nun. Los, los, los. Go, go, go. Chico. Ey, warte mal. Ey, hier ist noch die. Anne. Dane, wo bist du? Dane ist fast down. Leute, das ist noch Team Grün. Team Grün mischt sich ein. Ich wurde geschockt. Fack, 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 fack. Dalu, mach auf. Oh Gott. Oh, Modus. Mach zu oder so. Modus. Oh Gott. Wow, lol. Wo, wo, wo? Wo bist du? Ich bin hoch aufs Dach. Die schlachten sich draußen. Ich kann mich nicht verbinden. Ich hab auch irgendwas zum Heilen, lol. Oh nein. Mach keinen Scheiß. Dalu, wo bist du? Oben auf dem Dach. Okay, ich hab hier die Tür im Blick. Hier kommt noch keiner rein aktuell. Wie sieht's aus, Dalu? Immer noch oben auf dem Dach. Du bist unter einer Tür? Ja, ich seh die Tür. Okay, mach beide Türen zu. Mach beide Türen zu, wenn's geht. Äh, ich seh... Nein, 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 nein. Nicht schießen, bitte. Lass mich durch. Ich muss mich heilen. Lass den Bogen kurz los, damit du dich, äh... Damit du ausdauergerend hängst. Ich muss auch heilen. Ich hab noch 22. Ja, ja, ja. Ich hatte grad einen. Halt du die Türen im Blick. Alter Schwede. Es lebt noch einer von Grün, oder? Mhm. Und Liquid lebt auch noch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bei Grün ein Rot müsste leben, wenn ich mich nicht täusche. Wie lass ich den Bogen los, ohne zu schießen? Äh, einmal die Maus... Äh, Taste 1, 2 oder 3, wo du halt ne andere Waffe hast. Wie sieht's aus, Dalu? Jetzt kannst du dich heilen. Ohne. Boah, was ein Battle. Wow. Mein, mein Perk ist leider schon geproppt, was ziemlich scheiße ist. Meins weiß ich gar nicht. Das müsstest du unten über dem HP-Ding sehen. Da müsste das Männchen sein. Ne, das noch nix. Ja, dann ist es weg, wenn dann nichts mehr ist. Ich hab kein Geld mehr. 80 HP. Ja, müssen wir kommen. Wir müssen weiter. Wir sind nämlich leider nicht gut equipped jetzt mehr. Wir haben viel dadurch verloren. In die Richtung, in die wir jetzt rennen, ist Grants gerannt. Die einzige Hoffnung, die ich noch hab... Krieg mal's hin, da irgendwie ne Bandage zu machen. Ja. Hinten an dem Baum, da wo ich jetzt drauf zuwende. Ja. Ich mach eine Kiste auf. Ich brauch ne Impact Grenade oder sowas. Impact Grenade! Leute, nicht dein Ernst. Ja. Okay, easy. Hier ist auch nochmal Holz. Nein, ich hab keinen Funk mehr. Kannst du ne Bandage craften? Ja, dann hab ich auch nix mehr, aber... Egal. Okay. Nimm das. Da kommt wer. Oh, oh. Oh, ups. Laufen. Team Rot, ist der falsch. Team Rot ist Grants. Nein, scheiß auf Grants. Äh, von hinten schießt da auch noch einer, oder? Ja, ja, wir greifen Grants nicht an. Wir brauchen Grants noch. Oh, ja. Der muss ein paar Sachen abfangen, oder so. Da sind die anderen beiden. Ich hab beide einmal gehittet. Ich hab auch einen getroffen. Ich hol mir Goro. Hab ich ihn gehittet? Sehr gut. Nochmal? Wir haben jetzt Vorteile. Ja, ja, ja. Wir haben ihn ab, wenn du kannst. Hau ab, wenn du kannst. Schade. Ich hab echt gehofft, dass es liegt wird, weil er so lange mit dem Bogen gespielt hat. Ja. Er hat so lange auf mich geschossen. Ich steck dich. Hast du ein bisschen Funk? Ja, ich crafte gerade Bandagen und alles, aber das dauert. Du musst erst mal Backup geben. Ohohohohoho. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Es leben nur noch Dalu. Wir zwei und zwei andere leben noch. Ja, wir zwei und zwei Einzelne. Wo, wo ist, äh, warte mal, Liquid und Grants sind die in ein Team? Nein. Oh, lol. Aber vielleicht verbinden die sich. Müssen wir aufpassen. Das wäre scheiße. Den Blau ist noch im Rennen. Ja. Den Blau ist im Rennen. Aber sauknapp. Ey, sauknapp. Wie ist das eine Ding da? Wie sieht es aus? Wie floppierst du? 105. Also eigentlich alles gut. Ja, ich mach den. Du hast aber auch 125 Maximum, ne? Ja. Ihr Manners? Okay, ich bin noch voll. Heil dich einmal. Willst du es machen? Ja, ja, klar. Okay, bin voll. Gleich werde ich einmal craften. Oh, ja. Okay. Ich bin trotzdem dafür, dass wir einfach League Bit jetzt schon angreifen, wenn wir ihn finden. League Bit, ja. Nicht, dass irgendwie was passiert, dass dann die Situation, dass sie zusammen angreifen. Muss ja auch nicht sein. So, wenn ich jetzt League Bit wäre, wo wäre ich denn jetzt? Eigentlich auf der Insel da drüben. Da müsste er sein. Oder im Pump-Haus noch. Das Gas kommt leider erst sehr langsam. Kein Gift-Container. Vor diesem Haus. Ich habe wieder 24 Spangen. Moment, hier links. Das muss er sein. Da ist er. Das ist Grenz. Aha, lass Grenz in Ruhe. Nimm dir die Waffe aus der Hand. Dann ist Link Bit ja auch nicht. Doch, Link Bit ist hier oben. Auf der Insel. Ernsthaft? Ja, ich höre es. So, ist natürlich jetzt hier auch viel Platz. Der ist noch weiter weg. Ich habe ihn gerade gehört. Ah. Ja, vor dir. Ruhe ist voll der Vorteil. Ey, aber voll. Warte da, du, geh. Renn nicht so schnell weg. Oh, leu, hier ist der Gas. Ja, ja. Nicht ins Gas. Wöfel fangst du, Manus, komm ja zu mir. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, wo ist denn das Gas zu Ende? Nein, recht, du musst hier zu Südwest laufen. Was, Südwest? Ja. Ähm, Quatsch, andersrum. Hallo. Ja, Südwest. Ich sehe dich nicht. Wenn mir sei es verschwommen. Links, 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 links. Oh mein Gott. Es war alles verschwommen. Oh mein Gott. Das ist auch ein geiler Tod. Oh Mann. Das war nicht schlecht, Mann. Serious. War schon ziemlich nice. Oh, nee. Ey, Grenz. Lass mal mit dem Tom Hauk liegen. Grenz. Ach, mach. Pass auf, pass auf, pass auf. Grenz, wir haben ein anderes Problem. Grenz. Ich könnte dir jetzt sagen, wo es ist, aber ich lasse es. Ja, machen die auch. Machen die auch. Achso, Moment. Ich gehe stark davon aus, das haben wir nicht erst in den Regeln festgelegt. Also im Zweier ist es eigentlich immer so, dass du nur deinem Spieler zugucken kannst, aber dann siehst du ja trotzdem mehr, weil du Third Person hast. Aber ich denke, dass die anderen auch sagen, wo die sind. Wirst du beschossen? Ja, du schaffst. Was machst du Liquid denn? Du dürftest mich nicht sehen, ne? Hinter dir, hinter dir. Du bist genau in der Mitte zwischen beiden. Oh ja. Ich sehe ihn. Okay, ich komme nicht mehr weg. Ich habe aber nur fünf Funk. Liquid hinter dir. Spielt aber auch noch mit seinem Bogen rum. Wer ist der, der auf mich zurennt? Grenz. Grenz. Er hat keinen Bogen in der Hand. Er hat auch keine Ausdauer. Was ich das mal zu Grenz sagen kann. Keine Ausdauer, der Junge. Schlappe Boy. Spielt zu langsam. Wie Manus sich einfach wieder komplett im Gas hingibt. Das war witzig. Ich bin auch ehrenhaft gestorben immerhin im Kopf, ja. Ich habe gekämpft für ihn, Mann. Wo wird das Gas weg? Noch ein Stück. Ja, das sieht gut aus. Zehn Meter. Oh. Pass auf. Liquid. Ja, ja. Ich weiß. Kranz immer wieder. LOL. Immer wieder Kranz. Liquid geht weg von dir. Liquid kommt wieder zu dir. Liquid kommt. Macht er. Er steht vor dir. Er steht vor dir. Er kommt, er kommt, er kommt. In Nahkampf. Vorsicht. Er ist vor dir. Alter. Oh, er hat keine Ausdauer. Oh, nice. Also, er hat wenig. Ah, das war kacke. Er blutet auf jeden Fall. Oh, er hat schon vom... Oh, mein Gott. LOL. Wie Kranz einfach den Abstaubar spielen will. Oh, fast war. Komm da, du hast fast daumen. Oh, ich glaube, er ist im Gas, oder? Er fängt in eine Spritze rein. Er ist noch voll. Ja, ist voll. Ja, ist voll. Und Granz auch. Aber hat keine Ausdauer, der Liquid. Na ja, regeneriert jetzt Ausdauer. Über mir ist ein Schatten. Ne, über die ist keiner. Das war die Insel aber eng, wahr? Ah. Erste Ticket gratis. Wie nah geht das jetzt zusammen? Das Ende, oder? Oh. Da unten. Granz, fast volles Leben. Liquid auch. Oh, Granz. Nein, Granz. Granz. Das macht der Granz sogar so big. Granz. Oh, Mann, oh, Mann. Erstmal, wenn du nicht schießt. Was macht er denn, der Granz? Granz? Oh, jetzt schießt er wieder auf Liquid? Lol. Granz kann sich nur nicht entscheiden. Ne. Aber ich hab Granz auch von ordentlich die Biene buchsen, ey. Was denn, wenn die jetzt hier chillst? Oh, Gott. Lol. Oh, oh. Oh, er schießt mit dem Bogen. Oh, please, no. Oh, lol. Was wird jetzt? Geist Gas noch enger? Wow. Das haut. Oh. Eiskalt, ey. Was hat denn der geworfen? Der geht den Scheiß gerade. Hör dir mich verarschen. Lol. Wo ist Granz? Tatsache oben, ey. Voll dem Vorteil, der Sack. Granz kommt. Oh, oh. Das ist unfair. Gut, die Leitung. Oh. Wow, lol. Ich bin da. Aber ich hab, ich hab, vielleicht hab ich Granz noch geholfen. Könnte sein, könnte sein. Oh, komm, Granz. Los, Granz. Komm, Granz. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Nice. Wow. Was ein mega spannendes Match da, Freunde. Mega. Wenn ihr das unbedingt bei den anderen an, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Tschüss. Tschüss.